Eisenhauer ja gerade genug gehabt. Die nehmen wir hier. Und einen halben Steck. Ja. Holz. Nicht so viel. Ich soll draußen mal ernten. Ernten wir mal. Das sieht mal an. Nicht so clever aus. Oder in Tüten. Ich hab's schön verteilt auf die ganzen Werkbänke. Oh, jetzt hab ich schon immer 2.000 Schuss mehr gleich. Oh, jetzt hab ich schon immer 2.000 Schuss mehr gleich. Jetzt werden wir wieder zurückkehren. Was? 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 So, dann können wir hier gleich Stahldrahtseine herstellen. Oh, komm. Aufgeschissen. Fockplattenmine. Das klingt auch interessant. Eisen, Schießpulver, Klee. Oh. Das ist doch doof. Ah. Oh, das ist irgendwie automatisch. So, wie sieht denn das hier eigentlich mit Papier aus? Ich glaub das schaut schlecht aus mit Papier, weil da... Schaut schlecht aus. Ich hab vorhin ja hier noch einen Haufen Schrotmonie... ...reingetan. ...in die Produktion. Mhm. Ja. Ich seh grad. Da war da natürlich nicht mehr viel LWP übrig. Also eigentlich... ...eiglich war überhaupt kein LWP übrig. Hm. Das können wir kleiner machen. Klingt die Herstellung. Mal ja noch. Technik... Nee, Baustoffe. Wir brauchen... ...bitte... ...Scheiße. Was? Was? Wir brauchen bitte Scheiße. Wir brauchen bitte Scheiße. So. Können wir hier erstmal noch Kleber machen. Okay. Und hier brauchen wir halt. Okay. Und hier brauchen wir halt. Okay. Betonfach. 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 So. Das zurück. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Guck ich selber mal. Ob mal irgendwas zum Schmeißen haben. Scheiße. Haufen verrottetes Fleisch hier drin. Und dann... Ich nehme mal. Ein paar Farmplots herstellen. Ein paar Farmplots herstellen. Haben wir noch die Meinung. Ich nehme mir auch mal ein paar Molotovs mit hier. Kann ja nicht schaden. Nö. Schaden nicht, ne. Äh. Getränken. So. Schauen wir mal. Was können wir jetzt hier brutzeln? Einen Wildbrett einkaufen. Kann man erstellen? Wow. Dann machen wir jetzt aber nur mal 60. Oh. Oh. Da war ja Relay gelandet. Kochen. So. Dasselbe hier. Ach, das ist ja geil. Wie ich jetzt erst. Hm? Wenn ich das hier anpinsel, dann malst du ja die Gitter auf dem Turm und alles auch an. Das ist ja schick. Äh. 60. So. Wieder auf dem Roller. Roller, Roller, Roller. Ich weiß, ich hab ne Macke mit meinem Streichen, aber... Muss sein. So wird das. Okay. Achso, jetzt hat's eigentlich nur... Jetzt hat's eigentlich nur am... Am... Am Wasser hat's jetzt nur gescheitert hier. Dass ich hier nicht noch mehr machen kann. Naja, weil ich hier kein... Äh, weil ich hier kein... Äh, kein Wasser mehr habe, ne? Einen Urin, oder was? Nene, äh... Äh... Normales. Normales, äh... Trinkbares Wasser, ja. Aber... Ich hab jetzt das SO auch schon genug herstellen können. Nicht unbedingt nötig, dass ich da jetzt noch mehr herstelle. So, ähm... So, ähm... So, genau. Was tut das hier hin? Ja. Alles cool, bei der Farbe sieht man schneller, welche Betonblöcke noch kaputt sind. Das ist so gut. Okay. Da hast du denn schwarze Löcher drin. Wie ich das hier streichen würde? Ähm... Ähm... Wann geht das nicht? Auch wenn das Autodurch vorstellt. Äquation wäre ja so kacke parkt, dass ich hier nicht streichen kann. Ich habe gesagt, ich komme zwischen 8 und 18 Uhr. Was ist das? Aber das steht trotzdem noch da. Äh... Nein. Oh, das war da, wo? Ich kriege. Tschüss. Schau rein. Dein Game Stage ist so hoch, ich suche mir eine eigene Bude. Ja, das kann man nicht mal besuchen. Hatten wir hier nicht... Direkt mal kurz hier nachschauen. Ich hole mir mal ein bisschen Nitratpulver. In unserer Hausmine gab es, glaube ich, eins. Hier nicht, aber hier müsste es... Klexis machen. Ja, ja, ich möchte hier noch ein paar... Ach, wieso mal dann bis jetzt schon ein... Äh, so, so, so... Da komme ich dann die Rampen. Höhe, ich finde die Rampen nicht. Da kann ich das nicht sagen. Ich habe das mit dem Streichen hier. Oh, was ist das mit dem Streichen hier? Oh, oh, oh. Ich hätte die Rampen nicht, ich hätte... ...hier sind die Rampen nicht. Ich hätte das nicht, ich hätte das nicht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ich verstehe die logik von dem streichen hier nicht ich streiche gerade die mauer oben und der maler den fußboden du musst ja wahrscheinlich wahrscheinlich auf den swaps gehen wird jetzt wahrscheinlich auch diesen farbroller der hier ganze flächen macht ja aber das auf einzelnen blöcke ja ist schon klar aber deswegen deswegen kann er doch aber die mauer als als einzelstück sehen und nie als irgendwie so eine 2d fläche wo er dann unten die ist wie ich bin die fußboden mit anmalt das fällt mir gerade ein hier war schon erleben die erde haben jetzt auch nicht so wirklich mehr 6 12 18 20.000 20.000 wir wollen das ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht gut haust du von den farben hier allgemein noch was du weißt und zerklopp ich die alle das noch dreimal rot sind das kann nicht äh ok mach sie kaputt mach sie kaputt ok 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 und plastik ja plastik irgendwelche interessanten mods die man herstellen kann was ist mit dieser retracting stock mod die sieht auch bisschen interessanter ja und wenn nun falls du noch Platz hast bei den Waffen stellts her ne weil es macht halt eher nicht mehr als so ein bisschen Schaden halt doch diese retracting stock mod die ist irgendwie fast handling noch das handling while moving or firing from the hip because the weapon becomes more manageable in close quarters oh ok so blade not no pilot Rave mod ich hier schon gefahren ja auf die schiefen hier komm ich mit der Nagelpistole oh Gott der ballert alles zu hier für unser für unser für unser Hopfenimperium für ein Gemüsestand ausmachen ja wie seht's denn hier überall so ich hatte das doch ich hab's doch grad gesehen hm ja überall ein bisschen angeditscht ich hab's nicht bei der Topfschlanze oh ok so 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 der Blumentopf ist angeditscht wie geht denn das der Blumentopf der Blumentopf ist angeditscht also hier der dein 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 Ernteltopf hier also zwei Schaden hat er bloß gekriegt aber der hell komisch 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 jetzt muss wahrscheinlich bald die Bude hier einkracht weil hier oben zu viel warmen Platz stehen ich muss noch mal fragen ob dir unter den Zombies ein Architekt dabei ist erst mal helfen kann genau das überhaupt geht was wir hier machen die waren oben auch ich schreibe es schon mal hin ich halte es schon mal raus ich schau hier mhm brauchen wir Stahl für sind alle Türen zu achso äh zum äh zum Reparator ach komm mal das gute Idee ich nehme auch mal ein bisschen ein bisschen äh Wingsbums ein bisschen geschmittele das Eis und ein bisschen Stahl und was hat man noch zum Präparieren brauche ich äh die Parts mechanical parts electrical parts auch mal ein paar mit bisschen scrap iron glaube ich kann auch nicht schaden wenn man dabei hat so er nimmt auch zurück da vorne der Turm oben wo wir draufstehen der ist ja überall angepumpst damit wir noch auch ein bisschen Stahl reinzumachen mhm so viel Schuss hab ich jetzt hat oh ja reicht 5000 und die Kirst ist immer noch äh und die Kirst ist immer noch äh knapp halb voll dort so keine Zeit mehr für irgendeinen Krempel ne kannst du langsam runterkommen ne so warte mal das ist safe flight back hier hat man noch noch schnell was essen holz wieso holz was holz ist noch ein holzraben hier drin sind noch holzraben hier drin ja aber äh bloß äh die oberen wahrscheinlich oder äh die unteren die oberen also ich denk mal grad äh du hast ja hier alles äh schwarz ähm lackiert hier ja na gut das wird eh grad wieder weiß mhm ne das auch holz so so ist deine Aufnahme schon gestartet? äh ne das kann ich jetzt mal machen uuuh äh so aus wie hier äh äh aus äh hier aus äh schwarzem granit oder so die die ganzen wände hier mauren äh so ist doch voll edel gut